Wird am 27. März ganz Deutschland lahmgelegt? Geplant ist nämlich ein Megastreik von Nahverkehr, Flughäfen und sogar von der Autobahn. Denn die Eisenbahngesellschaft und die Gewerkschaft Verdi möchten den gesamten Verkehr lahmlegen. Das heißt, dass man sich am besten heute schon Gedanken machen sollte, wie man am 27. März zur Arbeit oder zur Schule kommt. Sollte jedoch vor dem 27. März eine Einigung erzielt werden, werdet ihr auf meinem Kanal als allererstes davon erfahren.